Hallo meine lieben Healy-Freunde, heute am Abend um 18 Uhr ist wieder der Frequency & Friends. Ich finde den Frequency & Friends immer ganz toll, weil wir hier neue Infos über die neuen Dinge, die es gibt, bekommen. Und heute bin ich schon wirklich mega färgig, weil heute wird uns die Weltneuheit der Mac Healy vorgestellt. Im Detail wird uns vorgestellt, für alle heute mit anzuhören, egal ob Member oder Kunde, kommt bitte dazu in den Frequency & Friends um 18 Uhr, denn da wird uns Markus Schmicke dazu mehr erzählen, was dieser Mac Healy kann, wie er funktioniert und was er wahrscheinlich auch kosten wird. All das werden wir heute erfahren. Mit live dabei ist auch der Nuno Nina, er hat den Goldzyklus entwickelt und jetzt auch den Natural Cycle, der wird auch, ich glaube ab heute Abend, wenn das Frequency & Friends war, auch für euch zu bestellen sein. Auch da werden wir mehr darüber erfahren, er wird uns auch eine kurze Schulung, soweit ich gehört habe, über den Natural Cycle geben. Also das sind wirklich schon einmal zwei ganz, ganz spannende Dinge des Frequency & Friends heute Abend. Seid einfach mit dabei, ich habe euch hier im Text unten gleich den Link dazu für die Anmeldung gegeben, ein kurzes Video. Und wenn ihr Fragen habt, Infos braucht zu dem Healy, könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir melden, mich anrufen via WhatsApp oder einfach hier eine Nachricht schicken. Ja, ich freue mich, wenn ich euch auch sehe heute bei den Frequency & Friends oder ihr dabei seid. Wenn es anschließend Fragen gibt, meldet euch. Ich werde auch dann wieder nach den Frequency & Friends eine kurze Zusammenfassung für euch erstellen und diese hier auf Facebook für euch teilen. Gut, das war meine Information für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Wochenendbeginn und alles, alles Liebe, eure Christa. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.